Zwei Cabinets, er braucht nur ein Cabinets, achso er braucht zwei Chests, okay, dann schmeiß mal das Cabinets raus, Chests, Chests, das sind Container, glaube ich, Container habe ich welche, na gut, dann baue mal hier neben das Bett, achso, das sind Fiberpacks, nein, U, M, Q, kann ich boxen, ja, das sind Nestboxen, äh, Rock, Box, nein, Nestbox, ah ja, Rock, Koffer, genau, die brauche ich, Koffer, zwei Stück, bitte, so, und gucken wir mal kurz in die Designations, ja, wir können Building, ein Rocktron hier hinbauen und einen Table hier hinbauen, so, ich habe noch ein Table übrig, übrigens, ich kann mir schon denken, wo der hingehören soll, nein, da stehen schon die Baltische, gut, was sagen meine Vorräte hier in der Zone eigentlich, Hospital Information, es wird von allem das gelagert, außer vom Powdercast und von der Seife, ja, es gab auch mal, ich glaube, das kommt vom DF Heck, weil es gibt eigentlich einen Bug, das hier viel mehr ins Krankenhaus reingestopft wird, als überhaupt reingestopft werden darf, und ich sollte jetzt mal gucken, dass ich handel, kann ich nicht, weil mein Cheffe schläft, ein Ambush, Ambush, Ach, nö, okay, Military, Alarms, Bunker aktivieren, Ähm, A, Move, hier hin, so, da ist auch ein Crossbowman dabei, mal wieder, ja, da, der Crossbowman, das muss ein Anführer sein, äh, das muss ich die Augen offen halten, gut, okay, sie haben meine Katze getötet, danke, vorsichtig sein, da kommen sie, okay, sie kommen, ah, okay, sie sind da, umlegen, umlegen, weiterlaufen lassen, weiterlaufen lassen, okay, okay, was machen sie jetzt, das sind zwei Goblentiefs, die sind hostile, äh, habe ich dich so sehr verwundet, dass du jetzt wegläufst, ja, du blutest aus, tatsächlich, sie laufen weg, ha, Jan Führer ist verblutet, der läuft da unten lang weg, okay, also erst einmal M, äh, Alarm, der kann aufgehoben werden, meinem Squad kann ich den Station Befehl aufheben, so, und ich kann die Brücken wieder hoch lassen, so, jetzt kann ich mir den, äh, das ist eine Waldburg, würde mir gerne das hier alles ansehen, und, alles claimen, außer seine Leiche, äh, claim, 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 Iron Cap, Iron Press Plate, oh, da haben wir schon ein paar interessante, sogar Bismutin Bronze Bolzen haben wir, da rausgeholt, so, nächster Schritt, Building, äh, groß, nein, groß N war falsch, C, ach, nee, Bridges fallen ja gar nicht drunter, Bridges, was Eigenes, das war, glaube ich, G, genau, und zwar möchte ich, dass sie genau nach oben, ruhig aus, Konglomerat Blocks, die sind einfacher zu tragen, so, und dann brauche ich noch einen Lever, F3, äh, stehen die Statuen hier rum, oder liegen die da einfach, ach so, jetzt kapiere ich das Ganze, das was mir da in Pause angezeigt wird, ist das Pendet, so, jetzt könnt ihr dir ruhig die Statuen aufsammeln, und wieder da hinstellen, wie sieht es bei meinem Major aus, du brauchst noch ein Decent Dining Room, zwei Chests, Weaponwork, Armor Stand, habe ich das hier nicht schon zu deinem, nee, das habe ich noch gar nicht zu deinem Dining Room gemacht, jetzt müsste er etwas glücklicher sein, ja, ihm fehlt noch das Decent Office, und die anderen Sachen, deswegen, ein Smooth Stone, bitte, so, das da nicht, gut, und Cabinets sind F, ach nee, halt, das war falsch, QX, die Cabinets, hätte ich ja erstmal gerne hier, Build F, Cabinets, ähm, F, Cabinets, hätte ich gerne, und mehr habe ich noch nicht, nein, die sind noch alle in Auftrag, genauso wie die Leder Backpacks, und die Katze wird vermisst, äh, was machst du da drüben, gehen, du fischt, okay, die Katze liegt übrigens da herum, und wenn wir schon mal dabei sind, gucken wir mal kurz nach Animates, das waren die, die ich zuerst hatte, da ich fast einen Haufen Hunde hier habe, fast nur Hunde, äh, und Papis, würde ich mal sagen, gibt es mal wieder geschlachtete Hunde, auch wenn ich das immer noch ein bisschen makaber finde, Hunde zu schlachten und zu essen, aber bei den vielen Hunden, die wir haben, und wir müssen ja auch was essen, oh, da fällt mir ein, ja, wir können handeln, okay, ein Stahlbarren, den nehmen wir auf jeden Fall, Bronzebarren, Zinn, oh, Zinn können wir nehmen und so, mit Kupfer zu Bronze machen, genauso wie den Bissmotiv Bronzebarren, genau, äh, Blocks brauchen wir nicht, aber, ein bisschen Kristall könnten wir gebrauchen, Mikrosilin Blocks, nein, Glas, sollten wir auch ein bisschen haben, Clay, ist nicht teuer, also nehmen wir ein bisschen Clay in Up, Holz, Holz nehmen wir auf jeden Fall, auch wenn es nicht viel ist, Wobbs brauchen wir keine, im Augenblick, und wenn, dann können wir sie uns immer noch selber machen, Water Skins haben wir jetzt hergestellt, Bronzeflöten, sowas, sowas nehme ich immer gerne, Kupfer Toll, Kupfer Mini Forge, Goose Cage, Akkus nehmen wir auf jeden Fall, Goose und Duck, und die anderen Käfige, ach der ist mir zu teuer, nehmen wir lieber die Käfige, die sind nicht so teuer, Kuh wollen wir nicht unbedingt, Zink, Käfig, Water Buffalo, Blue Peer, zu trinken haben wir selber genug, aber leere Barrels nehme ich gerne, Buckets brauche ich nicht unbedingt, aber da oben sind noch drei leere Barrels, die ich gerne hätte, so, vier leere Barrels, Buckets, Buckets, Speere, ein Kupfer Speer, für meinen Speertrupp nachher, eine Kupfer Picke können wir auch gebrauchen, eine Spitzhacke, ich sage immer Picke, Picke, ist das andere Ding, Iron Maze, Copper Shorts Hot, Nö, Steel Warhammer, Steel Pick, Funky Wood Iron Pick, Bronze Pick, Bismuth Bronze Pick, können wir auch nehmen, Iron Breast Plate, nehmen wir die mal, Bronze Low Boots, können wir auch ein paar nehmen, Iron Low Boot, Nö, Iron Low Boots, Nö, das ist übrigens immer nur ein, Dinger, Bronze Buckler, den nehme ich auf jeden Fall, Iron Helm, Steel Cap, Bronze Cap, die können wir mitnehmen, die ist nicht so teuer, genauso wie die Iron Cap, so, der Rest interessiert mich gerade nicht, Backs, nehmen wir den, Back, und Gips und Plaster, das sollten wir auch mitnehmen, Na, Chests brauchen wir nicht, Sandpacks, aus Sand könnten wir Glas machen, aber ein Lama Vollpack, Sandpack, Cave Weed, Nö, ein bisschen was zu essen, sollten wir jetzt noch mitnehmen, und vielleicht, ein bisschen Cloth, Ah ja, Silk and Silk Cloth Bin nehmen wir auf jeden Fall, und ein Pigtail Fiber, fürs Erste, und ein Woll Binzer, das reicht mal, Leder brauchen wir zur Zeit keins, wir schlachten hier jetzt gerade wieder Hunde, nehmen wir noch ein Cloth Bin, so, 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 also mit Pigtail, was war das, das war Leder, obwohl wie teuer ist das Leder, das ist nicht teuer, das nehmen wir, Leder, Pigtail, Cloth, Cloth, Leder, Cloth, 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 Horst Bohnen Figurine, Kugabohnen, Ah, Bolzen,